Jo Leute, was geht ab und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Mattendoor. So, nachdem wir bei Undertale hier das letzte Mal stehen geblieben sind und Mattaton und Muffet erfolgreich, ups, erfolgreich besiegen konnten, ja, sind wir jetzt hierhin gekommen. Aber bevor wir hier, was auch immer das sein soll, bevor wir da uns richtig umgucken, wollte ich mal hier hinter gehen, weil vielleicht haben wir jetzt auch einen neuen Floor irgendwo. Ja, wir haben tatsächlich Left Floor 3. Gehen wir da mal hin. Vielleicht muss ich da hin, keine Ahnung. Nee, nee, okay, muss ich nicht. Da bin ich ganz falsch. Geh ich mal zu Left Floor 1. Mal wieder da hin. Vielleicht ist da irgendwas Neues oder so. Nö, okay. Gut. Dann gehen wir wieder da hin. Right Floor 3. Gut. Hm, soll ich mir eine Nice Cream kaufen? Wie viel Geld habe ich denn? Alter, ich habe 930 Gold. What the fuck? Da kann ich mir schon mal eine Nice Cream gönnen. Gut. Ach, das ist ein Resort. Okay. 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 Ich guck mir mal die Räume an. Okay. Ah, hallo. Ich bin auch mal dahin. Hä, lol. Alter. Ähm, alles klar bei dir? Ja, okay, du bist beschäftigt. Sorry. Gott, mein... Habe ich einen Seat hier? Nein, ich habe keinen. Okay. Ich rede mal mit dem Ganzen. Geht der Fahrstuhl? Ah, nee, geht ja nicht, ne? Ja, geht nicht. Ja. Okay. Inkognito! Okay, ähm... Der hat einfach erst mal seine Fresse langgezogen. Ja, moin. Oh. Lol. Da muss ich hin. Ja, moin. Yo. Okay. Ich soll den Fahrstuhl nehmen. Ah. Okay. Geh ich da lang. Oh no. Was ist denn das wieder? Yo. Geil. Jetzt kann ich erst mal kämpfen. Yay. Ja, gut. Der hat nicht so viel HP. Holy fuck. Junge, was hat denn der von Angriff? Holy. Ja. Einmal muss ich nur noch hitten, dann ist er tot. Oh. Tschüss. Hau ab. Und tschüss. Tot bist du. Ja, 120 Gold. Ja, das war knapp. Ja, ich weiß, was ich machen muss. Ich muss auf den roten Button drücken, denke ich mal, oder? Ja. Easy. So. So. Ja, ich bin... Okay. Ja, mir geht's gut. Danke. Alter Junge, jetzt nervt mich doch nicht alle zwei Sekunden. Ja, genau. Ich konnte nicht mal bis zwei zählen, da kamen die schon wieder. Yo, what the fuck, was ist das denn? Holy. Tschüss. Ach du Kacke. Oh fuck. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Boah, da muss man die Lücken finden. Holy. Komm. Ey, als ob. Als ob du nicht down bist. So, aber. Jetzt bist du down. Nerv mich nicht. Okay, da kann man nichts anklicken. Oder... Ah. Gehen wir mal weiter. Oh no. Ich weiß, wie das mit den Lasern funktioniert. Ah, okay. Ist mir auch recht. Okay, ja. Das ist mir... Ah, okay. Okay. Das hab ich erledigt. Hier ist schon wieder der nächste Speicherpunkt. Ja, moin. Und das gerade mal nach acht Minuten. Naja. Dann tu ich mal zwischenspeichern. Gut. Yo. Krass. Okay, ich geh mal hier runter. Ah ne, hier runter geht's nicht. Geh ich mal auf die andere Seite. Okay. Ach, hierhin werden die Eisblöcke aus Snowden Town gebracht. Ah, okay. Okay. Wo zum Fick bin ich jetzt? Och nein. Schon wieder Puzzle. Naja, okay. Tschüss. Äh. Nein, ich hatte es gerade. Shit. Wie hatte ich das gemacht? Erstmal das ein... Genau, ich mach erstmal den einen Block weg. Das macht es mir nämlich um einiges leichter. Hoffe ich. Okay, also... Wie gesagt, die Tonung... Betonung lag bei... Denke ich. Yo, what the fuck? Jetzt. Yes, man. Geschafft. Congratulations. So, jetzt kann ich weitergehen. Geh mal nach oben. Na ja, gut. Also, da werde ich früher oder später auch noch rauskommen. Dann... Geh ich einfach jetzt mal hier oben. Einfach lang. Yo, das ist ja... Eins des Labyrinths, Alter. Junge. Wo soll ich da lang? Na ja, ich geh mal oben einfach weiter lang. Hey, jetzt bin ich schon wieder bei so einem Gang hier. What the fuck? Hey, das verwirrt mich total gerade. Hey, ich bin links lang gelaufen und komme rechts irgendwo raus. Oh, noch ein Puzzle, cool. Ach ne, da war ich schon. Hä, also... Also bin ich jetzt wieder dort. What the fuck? Ich geh einfach mal nur nach oben. Oh. Glamburger. Klingt ziemlich abgespaced, Glamburger. Oh. Nein. Yay, ich darf schon wieder kämpfen. Oh, final Froggit. Bisher habe ich ja immer nur die normalen Froggits gesehen. Beziehungsweise gegen die gekämpft. Holy fuck. Ach du Scheiße. Scheiße ist das schwer. Fucking bullshit, ey. So, tschüss, du bist weg. Oh. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Oh. Ja, komm. Du bist auch gleich down. Oh. Junge. Also wer da nicht gehittet wird. So. So. Ernsthaft schon wieder? Nein. Junge. What the fuck? Kennt ihr diese einen, äh... Also wir hatten mal so eine... So... So eine Hampel... So... So ein Hampelmann, glaube ich. Also es war so... Als Clown... Also es war so ein Clown. Und wenn man da unten an so einer Schnur gezogen hat, da war so ein Ball dran, dann hat er Hampelmänner gemacht. Genauso sieht das aus. Hä, lol. Okay. Ja. Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Oh. Oh, 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 oh. Tschüss, geh sterben. Oh, oh. Nein. Nein. Ja gut, ich hab noch 26 HP. Sollte möglich sein. Close your eyes. Nee. Werde ich nicht tun. Du weißt ganz genau, warum, du Bastard. Tschüss, du bist weg. Du bist... weg. Tschüss. Ja, verfolg mich doch. Verfolg mich. Ja los, komm. Ja komm, du bist gleich tot. Oh. Du Basti. Oh. Tschüss. Hau ab, Alter. Du hast nichts zu melden. Also, hau ab. Also, hau ab. Juhu, ich darf noch mal kämpfen. Ey, Junge. Vor allem jetzt auch noch drei Gegner. Wie OP. Wie OP ist das bitte? Hau ab. Kannst du mich heilen? Ich probier mal, ob mir ein Nice... Ja, ein Nice Cream hilft. Geil. Das hat mir 15 HP nochmal gemacht. Ach du Scheiße. Fuck. Hau ab. Tschüss, du bist weg. Lol. Ich wurde nicht gehittet. Ach du Scheiße, war das schwer. Da nicht gehittet zu werden. Das ist ja krank schwer. Ich wurde schon wieder nicht gehittet. So. Jetzt ist es easy. Weil jetzt ist nur noch dieser Spast. Und danach... ...sollte ich durch sein. Alter, der hat wirklich fast kein Leben mehr, ne? Wenn überhaupt sind das noch 5 HP. Die der hat. So. Jetzt ist er down. Yes. Und jetzt... Muss ich bestimmt nach... Also muss ich jetzt bestimmt... Wo lang? Ah ja. Das gleiche gibt es jetzt bestimmt nochmal auf der rechten Seite. Kann ich mir vorstellen. Oh. Im Mülleimer sind 100 Gold. Ja, aber sowas von mitnehmen. Kann man immer gebrauchen. Jetzt bin ich aber verwirrt. Jetzt bin ich ziemlich verwirrt. Ja, jetzt bin ich wieder hier. Hier runter kann ich halt nicht lang. Hm. Schwierig. Ja. Okay, ich bin irgendwo anders. Also da war ich auf jeden Fall noch nicht. Das versichere ich euch. So, komm. Jetzt bist du down. Komm, verpiss dich. Ja! Okay, ich speichere hier an der Stelle. Und mache im nächsten Part weiter. Gut. Lasst ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Aktiviert auch die Glocke. Damit ihr es, wie du mit der Sasse seht. Und auch die kommenden Videos nicht verpasst. Lasst einen Daumen nach oben da. Sofern es euch gefallen hat. Wenn nicht, dann... Macht was anderes. Schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Oder... Feedback oder sowas. Alles mögliche halt. Müsst ihr nicht. Na gut. Ich würde sagen, wir sehen uns halt wieder. Wenn wir uns wiedersehen. Haut rein. Und... Ciao. 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 Ciao.